Laut, dreckig, stickig. Eigentlich bräuchten wir für das Leben in unseren Cities so etwas wie einen Warnhinweis auf den Zigarettenpackungen. Vorsicht, Stadtleben gefährdet ihre Gesundheit. Das ist tatsächlich auch durch Studien belegt. Die Schadstoffe zum Beispiel, die in der Luft sind, machen den Körper anfälliger für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. Und Städter leuten auch häufiger an Übergewicht, Typ 2 Diabetes oder auch Allergien. Und dazu kommen dann auch noch Enge und Einsamkeit. Die schlagen auf die Psyche und verursachen Ängste, Süchte oder sogar psychotische Störungen. Trotzdem und trotz aller Risiken leben derzeit fast 78 Prozent der Deutschen in den Städten. Wobei Stadt, da muss man sagen, das ist in Deutschland eine Gemeinde mit mehr als 5000 Einwohnern schon. Aber in den Großstädten, mehr als 100.000 Einwohnern, leben auch bereits 30 Prozent der Deutschen. Tendenz schnell steigend. Und deshalb geht es jetzt heute um die Frage, diese Städte, in die wir ziehen, in die immer mehr Menschen ziehen, wie können diese Städte gesünder werden? Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Céline Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabritius. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Baden. Ja, hallo. Ich grüße euch auch. Und wir blicken wie immer aus ganz verschiedenen Perspektiven auf unsere Themen am Immobilienmarkt. Wir haben Preise und Trends im Blick. Ich ordne die Entwicklungen dann mit Blick auf die menschliche Seite ein. Das heißt, ich frage danach, welche Bedürfnisse haben eigentlich die Menschen, sei es in der Stadt oder auf dem Land, wie wollen sie wohnen und was erhoffen sie sich für die Zukunft? Ja, und es geht auch immer ein bisschen ums Geld. Am Schluss der Folge gibt es ein Fazit für jeden von euch, egal ob ihr Mieter seid oder eine Immobilie besitzt oder auch in Zukunft gerne eine hättet. Aber jetzt erst mal zu unserem heutigen Thema. Leben in der Stadt, geht das auch in gesund? Michael, fangen wir doch mal mit einem ganz banalen Smalltalk an. Wie war denn so dein Wochenende? Ja, das war ziemlich bewegungsreich mal wieder. Ich bin rund ums Haus gelaufen. Ich habe einen Garten aufgeräumt, ein bisschen Hecke geschnitten, Laub gehakt. Es ist jetzt ja Herbst und da habe ich mal wieder was festgestellt. Wir haben gar nicht mal eine so große Fläche. Aber laut meiner Gesundheits-App, ich habe ja so eine Smartwatch, die misst ja alles mit. Laut dieser App habe ich zwölf Kilometer zurückgelegt. Einfach nur im eigenen Garten. Und das Grundstück ist gar nicht mal groß. 30 mal 40 Meter, also wenn man sich das mal vorstellt, auf so einer Tracking-App, das sieht bestimmt sehr witzig aus. Da bin ich ziemlich hin und her gerannt. Ja, und da ist noch nicht die Strecke einberechnet, die der Mähroboter zurückgelegt hat in derselben Zeit. Stimmt, das muss man auch dazu rechnen. Eben. Ich gebe es zu, ich bin etwas neidisch. Also in unserem Hinterhof, da wächst nicht mal Löwenzahn. Ich könnte da schwerlich so weite Strecken zurücklegen wie du. So ein schicker Garten ist ja nicht nur deswegen gut, weil er irgendwie sehr hübsch anzusehen ist, sondern weil er auch, wie du es sagst, auch sehr gesund ist. Also du hast dich an der frischen Luft bewegt, du hast was für deinen Herz-Kreislauf getan, du hast Muskeln natürlich aufgebaut. Ja, enorm. Enorm, enorm. Ich sehe den Unterschied zu letzter Woche. Aber das können nun mal, wie gesagt, nicht alle Stadtbewohner machen. Man sieht es an meinem Hinterhof oder auch zum Beispiel an den Wartelisten in Großstädten für Schrebergärten. Da lassen sich Leute eintragen und warten zum Teil Jahre, bis sie so eine Parzelle selber bewirtschaften können. Ja, der Kleingarten ist wieder en vogue, sogar in so einer Hipsterstadt wie Berlin. Aber wie gesagt, das können halt eben nicht alle haben. Und das gilt vor allem und erst recht natürlich in solchen verdichteten Lagen. Wir haben ja in Deutschland in Städten wie München Gebiete mit mehr als 10.000 Einwohner pro Quadratkilometer. In München, Schwabing sogar mehr als 15.000 in Berlin-Friedrichshain. Da ist enge, da ist dichter Verkehr, da sind mehr Schadstoffe natürlich, Lärm. Im Sommer ist es heiß und im Winter wiederum hat man oft wenig Licht und das kann tatsächlich krank machen. Das stellt natürlich Stadtplaner, Stadtmacher vor große Probleme. Nämlich die Frage, wie können unsere Städte eigentlich gesünder werden? Weil es ist absehbar, dass da in Zukunft eher noch mehr Leute wohnen werden als heutzutage schon. Es gibt zig Programme von der WHO über die großen Stadtplanungsagenten, die irgendwie sagen, wir brauchen vor allem mehr städtisches Blau und Grün. Gemeinsam also Wasser- und Grünflächen, was weiß ich, Parks, Teiche, Gärten, alles, was eben irgendwie auf dieses Wasser- und Grün-Erleben einzahlt. Das ist wichtig aus Klimagründen. Ich meine, wir haben es erlebt, im Sommer, wenn es extrem heiß ist, sind das die Flächen, die kühlen und Schatten spenden. Die Luft filtern auch im Fall von Bäumen, aber es tut eben auch in anderer Hinsicht der Gesundheit gut. Bäume schirmen auch vor Lärm ab tatsächlich und sie tun auch der Seele ganz einfach gut. Also das weiß ja jeder von uns, dass wenn man sich mal in der Natur ein bisschen aufhalten kann, man da auch so ein bisschen runterkommt. Ja, ich finde aber, man muss ein bisschen einordnen. Also wir sind in Deutschland, haben wir schon ein sehr hohes Niveau in den Städten. Die Schadstoffbelastung hat ja schon enorm abgenommen hier. Wir erinnern uns, oder manche erinnern sich vielleicht an die 90er Jahre in Ostdeutschland. Da war die Luft im Winter noch voll mit Braunkohle und Brikettgeruch von den ganzen Kaminöfen und den Kachelöfen, die da noch in Betrieb waren. Die Autos sind abgasärmer geworden, die Dieselfahrzeuge verschwinden aus dem Verkehr. Also es wird eigentlich besser. Und vor allem, wenn man im Ausland unterwegs ist und dann zurückkommt. Für den sind deutsche Städte manchmal eigentlich sowas wie ein Luftkurort. Ja, also wer im Sommer aus Rom zurückkehrt nach Hamburg. Umgekehrt stimmt aber natürlich trotzdem, wenn man jetzt wiederum im Schwarzwald lebt oder am schönen Tegernsee und dann kommt man nach Berlin. Aus seiner Wilder und steht da mitten im dicht bebauten Gründerzeitviertel. Das kann natürlich einen Gesundheitsschock auslösen. Bin ich bei dir? Ich würde auch sagen, tatsächlich geht da noch mehr. Ja, also es wurde mal ausgerechnet, dass in den bevölkerungsreichsten Städten in Deutschland jedem Einwohner durchschnittlich 25 Quadratmeter Grünanlage zur Verfügung stehen. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist noch lange nicht genug. Und tatsächlich sind noch diese Flächen teilweise bedroht, wenn wir jetzt zum Beispiel Wohnungsnot haben und überlegen, wo können wir denn noch nachverdichten, also noch mehr bauen. Das soll ja passieren. Also Nachverdichtung ist ja einer der Hauptpunkte, die in der Wohnungsbaupolitik auch ganz oben stehen. Absolut. Und deswegen gibt es da auch Leute, die sich da große Sorgen drum machen, dass unsere Parks dabei unter die Räder geraten. Ich habe zum Beispiel mich mit Christa Reicher unterhalten. Sie ist Direktorin des Instituts für Städtebau an der RWTH Aachen. Und sie sagt Nährverdichtung ja, aber eben nicht um jeden Preis. Also zum Beispiel diese Frischluftschneisen, über die frische Luft aus dem Umland in die Städte strömen kann, damit dort die Schadstoffe nicht mehr so, ja die Belastung nicht mehr so groß ist und damit es auch runterkühlt. Die sind wahnsinnig wichtig, aber diese Frischluftschneisen sind tatsächlich planungsrechtlich nur unzureichend geschützt. Die brauchen wir aber, damit die Städte atmen können, sagt Frau Reicher. Deswegen sollten wir viel besser aufpassen, zum Beispiel, dass Brachen und offene Ecken in Blockbebauung möglichst frei bleiben, offen bleiben, damit da weiter die Luft zirkulieren kann. Und sie geht sogar noch weiter und sagt, ja es ist ja ganz schön, wenn wir Grünflächen haben und irgendwelche, weiß nicht, Flüsse oder Teiche. Aber es wäre wichtig, dass wir regelrechte Stadtlandschaften kreieren. Das bezeichnet ein zusammenhängendes System aus kleinteiligen Parks, Stadtwäldern, meinetwegen auch Flussufern, die sich wie so ein grünes Netz über die City legen. Und als Beispiel nennt sie da zum Beispiel den Highline Park in New York. Wer den mal langgelaufen ist, da kann man quasi kilometerlang wirklich durch das dickste New York City laufen, ist aber trotzdem im Grünen. Ja, das klingt alles sehr schön, aber jetzt komme ich auch wieder hier mit dem Verhältnis aus Anspruch, auch bei der Nachverdichtung ist das eine und die Wirklichkeit ist dann halt das andere. Und klar, Highline Park ist ganz toll, aber man muss halt einfach sehen, die Städte und Gemeinden deutschlandweit reduzieren eigentlich ihre Ausgaben tendenziell für Grünflächenämter und Parkpflege. Man sieht ja auch, die ganze Baumgesundheit nimmt ab, das ist alles total schwierig zu bewirtschaften. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch und man sieht es nämlich auch daran, dass in manchen Städten eben stattdessen die Bürger und Hausbesitzer in die Pflicht genommen werden. Hamburg zum Beispiel plant so eine Gründachpflicht sogar. Da sollen ab 2027 alle Dächer, die dafür in Frage kommen, das ist ein bisschen soft formuliert noch, die sollen begrünt werden, für Neubauten sowieso, aber auch im Bestand auf bestehenden Dächern, die saniert werden. So, da sollen jetzt irgendwie, da sollen die Sukkulenten oben drauf. Und irgendwann, und das ist das Ziel in Hamburg, sollen 70 Prozent aller Dachflächen grün sein. Alles hübsch und alles gesund und ganz toll, aber das kostet auch Geld. Wartung und Pflege und wer so ein Gründach hat oder das mal genauer angeschaut hat, da wird es dann irgendwann undicht und da sieht gerade das Wasser rein. Man muss die Dichtungen erneuern, man muss auch mal da hoch und schauen, was wächst denn da überhaupt. Es gibt Schimmelgefahr, also das kostet echt Geld. Und manchmal frage ich mich auch, beim Gang durch die deutsche Fußgängerzone, braucht man da jetzt wirklich jedes Beet mit Stiefmütterchen drin im Frühling? Müssen wir dafür wirklich Geld ausgeben? Ich weiß nicht. Gut, die Fußgängerzone, die deutsche ist ein Thema für sich und von mir aus dürften es auch Tulpen sein. Ja, ich bin da nicht wählerisch. Und um es beim ernsten Punkt zu bleiben, ich würde eher die Frage umgekehrt stellen, wie viel kostet es uns, wenn wir diese Begrünungsmaßnahmen tatsächlich nicht durchführen und das Thema nicht ernst nehmen? Es gibt immer wieder Studien, die mir immer einen Weg laufen, die das belegen. Ganz frisch zum Beispiel eine von der University of Liverpool. Dort haben die Forscher jetzt nachgewiesen, dass jede zusätzliche Entfernung von 360 Meter zur nächsten Grünfläche oder Blaufläche mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Angstzustände und Depressionen verbunden ist. Das ist ja interessant, wie man das rausfinden kann. Bevölkerungen, die in Vierteln leben, die wenig Grün haben, hohe Versiegelung, wenig Möglichkeit zur Naherholung. Dort sind tatsächlich auch die Erkrankungen sowohl psychisch als auch physisch höher. Das heißt, die ärmere Bevölkerung leidet darunter statistisch gesehen. Klingt erst mal klausibel. Ja, und das generiert natürlich jede Menge Folgekosten. Das ist eine Frage der Umweltgerechtigkeit. Also insofern würde ich immer dafür plädieren, weniger Vegetation bedeutet gleichzeitig größere Gesundheitslasten. Insofern pro Grün. Das ist aber nicht immer pro Geldbeutel. Also vor allem jetzt bei Mieterhaushalten kann das nämlich teuer werden. Da habe ich mal wieder eine kleine Geschichte mitgebracht, dieses Mal aus Leipzig. Da gibt es in der östlichen Innenstadt den schönen Lene-Vogt-Park. Lene von Helene Vogt, eine sächsische Schriftstellerin, natürlich in Leipzig geboren, in Leipzig gestorben 1961. Und früher war diese Ecke ein Bahnhof, dann war das eine Brache. Und dann hat man von 2000 bis 2004 hat man da einen Park angelegt. Da wachsen jetzt schöne Hecken und Rubinien. Und da sind Tischtennisplatten und alles ist ganz schön. Und so, jetzt hat da vor einigen Monaten eine Stadtsoziologin, Annegret Hase, rumgeforscht und ist an die Öffentlichkeit gegangen. Die arbeitet am Helmholtz-Zentrum Umweltforschung Leipzig. Und die hat einen Effekt beobachtet rund um diesen Park. Das ist nämlich die grüne Gentrifizierung. Und zwar sind da von 2007 bis 2019 die Mieten schneller gestiegen als im Rest der Stadt. Auch die Verdrängung hat zugenommen. Man hat einfach so gesehen, die Leute ziehen schneller aus und um. So, das heißt, der Park hat die Stadt schöner gemacht, aber die Leute mussten trotzdem wegziehen, weil sie sich das nicht mehr leisten konnten. Das ist der englische Begriff, der lautet Green Gentrification. Und den gab es auch rund um den Highland Park in New York. Ja, ich gebe es zu. Mit der Begrünung sind auch Konflikte verbunden. Du hast gesagt, um die Parks herum, aber das fängt schon in den Parks selbst an. Also oftmals werden diese Flächen krass übernutzt. Die Leute kommen sich ins Gehege. Ich sehe diese Probleme alle, aber gerade wenn ich bei deinem Beispiel bleibe, das kann ja im Umkehrschluss nicht bedeuten, naja, dann lassen wir die grauen Viertel halt weiter versiegelt und grau und dann steigen dort die Preise auch nicht weiter. Ja, das ist jetzt natürlich, das stimmt. Das sagt auch die Annegret Hase übrigens. Schuld sind natürlich nicht die Bäume, sondern die Art und Weise, wie der Markt drumherum funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und sie hat auch vorgeschlagen, wenn man das verhindern will, diese Green Gentrification, dann kann man mehr Gebiete in dieser Stadt zum Erhaltungssatzungsgebiet erklären, also Milieuschutzgebiet heißt das denn ja auch. Man könnte Kappungsgrenzen bei laufenden Mietverträgen absenken. Ich weiß, das ist natürlich jetzt bei liberaler Zuhörern und Usern klingt das erstmal ganz furchtbar. Aber man muss mal überlegen, die Stadt investiert, der Steuerzahler gibt das Geld und in diese Begrünung wird investiert und die Immobilienbesitzer profitieren dann ja auch von steigenden Grundstückswerten. Es ist ja eine Aufwertung der Immobilie durch die Stadtgesellschaft. Also man muss noch nicht mal selber investieren und trotzdem hat man einen höheren Wert dastehen. Und wenn man dann noch trotzdem höhere Mieten auch noch einnehmen möchte, also einen höheren Cashflow, das passt nicht unbedingt zusammen, das muss nicht beides sein. Bin ich ganz bei dir. Wir haben jetzt aber die ganze Zeit nur über Bäume gesprochen und alles, was so grünt und blüht und meinetwegen noch ein bisschen Wasser. Aber jetzt ist es ja so, wenn wir über gesunde Stadt reden, alles, was da so rumsteht an gebauter Umwelt, hat ja auch einen riesigen Einfluss auf die Gesundheit. Also ich denke da an ganz technische Sachen wie Schattenwurf oder die Frischluftschneisen, über die wir eben gesprochen haben, die sich auch durch die Bebauung ändern können. Ich denke da aber auch an das emotionale Befinden. Also wie fühlt sich unser Bewohner vom Tegernsee, wenn er in einer Straßenschlucht in Berlin steht? Ja, wahrscheinlich fühlt sich das nicht bedrängt, nicht? Ja, was heißt denn das jetzt aber eigentlich? Wollen wir jetzt keine Hochhäuser mehr haben oder wie? Das würde ich jetzt gerne nochmal wissen. Tatsächlich gibt es eine Architekturpsychologin namens Tanja C. Vollmer. Die hat sich schon länger mit der Frage beschäftigt, wie sich eigentlich die Gebäude auf unsere Psyche auswirken. Und die sagt, es gibt drei Faktoren, die für das Stadtbild gelten. Und eins davon ist tatsächlich die Weit- oder Aussicht. Also auch wenn du eng gebaute Straßenzüge hast, solltest du schauen, dass du trotzdem noch weit gucken kannst. Weil wenn du sonst so einen Tunnelblick kriegst in deinen Betonschluchten, dann schlägt dir das aufs Gemüt. Und der zweite Faktor, den sie nennt, ist die Stimulation. Also demnach zeigen Studien, dass Menschen sich angesichts glatter Fassaden langweilen. Sie nennt das Architektur von der Stange. Und das führt dazu, dass die Leute sich weniger mit der Stadt identifizieren können. Und dritter Faktor, auch interessant, klingt jetzt erst mal ein bisschen widersprüchlich, aber die Privatheit. Also auch in städtischen Räumen sollte es geschütztere, halböffentliche Orte geben, so kleine Nischen oder Gassen, in denen sich die Menschen bewegen können. Auch so ein bisschen abgeschirmt von dem Lärm und dem Trubel der großen Verkehrsachsen und Plätze, weil es den Menschen gut tut, sagt Vollmer, wenn sie sich im Wechsel zwischen diesen verschiedenen Räumen bewegen können. Selin, ich habe noch eine Geschichte. Lass mich raten, aus Berlin. Ja, es ist nun mal leider wie immer die Stadt mit den meisten Streitereien und den größten Zusammenkünften der Konflikte. Also kann ich nun auch nicht ändern. Und die Geschichte, die hat aber tatsächlich mittlerweile, ist ja auch überregional so ein bisschen bekannter geworden. Dieser Ort befindet sich auch in Pankow mal wieder im Norden, in so einem Wohngebiet, auch mit schöner Blockrandbebauung. Und da gibt es eine Wohnsiedlung mit so vier und fünf Geschossern. Das gehört der landeseigenen Gesellschaft Gesobau. Und das ist nicht ganz geschlossener Blockrandbau, sondern da gibt es so ein, zwei Wege zwischen den Gebäuden durch. Und dann kommt man in so einen riesigen, großen, grünen Hinterhof mit Bäumen und Spielplatz. Und dann die Mieter im Laufe der Jahre so Gärten angelegt. So, ich habe das schon mal gesehen. Die feiern da wirklich im Sommer Partys. Und das ist richtig schön. Und das kann eigentlich jeder rein und raus. Es ist kein richtig rein privater Hinterhof. Rein baurechtlich aber im Bebauungsplan ist da Platz für Nachverdichtung. Da kann man noch was hinstellen. Auch weil das Baurecht da im Osten noch ein altes ist. Und die Gesobau wollte da jetzt Wohnungen bauen. Richtig klassisch in der gleichen Höhe. Und dagegen gab es Protest. Und sogar der Bezirk war dagegen. Und dann hat die Gesobau einfach so einen Deal gemacht mit dem Bausenat hier in Berlin. Also auf Landesebene. Und dann haben die gesagt, wir bauen da jetzt eine Flüchtlingsunterkunft hin für 400 Personen. Und ja, die Genehmigung haben sie bekommen, weil da gilt so ein Ausnahmetatbestand. Und jetzt werden da 60 Bäume gefällt. Der Hinterhof wird zugebaut. Und da sind nicht genügend Kitas in der Nähe. Also das heißt also, die soziale Infrastruktur ist nicht da. Und deswegen sagt man jetzt, und das ist ein heikles Thema, wissen wir alle, ist aber nun mal ein Problemfeld, das man benennen muss. Jetzt sagt Gesobau, dann schicken wir einfach nur männliche, unbegleitete Erwachsene da rein. Also ohne Kinder. Ja, so. Und ob das jetzt gesund ist, also du hast gerade die psychische Gesundheit angesprochen, das ziehe ich in Zweifel. Das sieht man nämlich jetzt schon daran, als die ersten Baufahrzeuge auf das Grundstück gefahren sind, haben sich die Bewohner da hingestellt, haben protestiert, es gab richtig Zusammenstöße mit der Polizei und die Leute haben Angst und sind wütend. Klingt jetzt nicht so richtig gesund. Und also da sieht man wieder so eine Hinterhofbebauung, vor allem jetzt mit so einer Nutzung, die an der Stelle vielleicht schwierig ist. Ja, nicht wirklich nachhaltig, oder? Das ist wieder so eine Geschichte, die für mich so klingt, als käme dabei vor allem nur Verlierer raus. Also davon hat eigentlich niemand so richtig was. Ja, es ist natürlich wirklich ein bisschen besonders, muss ich zugeben. Aber es passt wirklich perfekt, weil wenn man aus der Satellitenperspektive, kann man das schon sehen. Ja, das ist ein schönes Grundstück, alles passt, alles ist stimmig. Und ja, jetzt wird es dann zugebaut. Unabhängig davon, wer dort jetzt unterkommt, so oder so mit der Bebauung hat es sich natürlich auch mit Weit- oder Aussicht und Privatheit. Und das Grün wird versiegelt. Also insofern, so sollte es glaube ich eher nicht gehen. Gibt es denn Hoffnung, dass sich das in Zukunft ein bisschen ändert? Gibt es da irgendeinen Nichtstreifen am Horizont? Ja, es gibt natürlich immer wieder mal Pläne und gute Absichten. Aber das ist ja auch klar geworden hier in unserem Gespräch. Da gibt es einen ganz grundlegenden Konflikt. Also wir haben Wohnungsnot in solchen Städten wie München, Berlin, Köln. Wir wollen eigentlich Nachverdichtung betreiben, denn wir wollen ja auch nicht die neuen Flächen am Stadtrand neu versiegeln. Da gibt es ja auch ein generelles, übergeordnetes Ziel. Ich würde sagen, dass dieser Konflikt ist und bleibt bis auf Weiteres ungelöst. Jetzt hat die Ampelkoalition was vor mit einem neuen Straßenverkehrsrecht. Da wollen die was reformieren. Da geht es ja natürlich um die Räume, in denen wir uns bewegen, fortbewegen. Und da steht jetzt drin, Das ist neu in der Tat. Da sollen statt Straße und Auto sollen Menschen und ihre Gesundheit in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik gerückt werden. Also das ist explizit in diesem neuen Gesetz drin. Was das denn ganz genau bedeutet, muss man nochmal sehen. Ja, also ob die jetzt breitere Fußgängerwege an manchen Stellen bauen. Ich vermute, das läuft ein bisschen darauf hinaus, dass Kreuzungen enger gebaut werden, dass diese Gehweg-Vorstreckung öfter stattfindet. Also dass Räume entstehen, da wo Straßenverkehr bisher war, wo sich denn die Menschen aufhalten können. Klingt gut für mich. Ich würde sagen, wir beobachten das und schauen, wie es umgesetzt wird. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass in diese Pläne auch so etwas wie die Ästhetik aufgenommen wird. Oh ja. Stichwort Schießscharten, Architektur. Das sagt nämlich auch Tanja C. Vollmer, dass wir das nicht vergessen sollten. Also sie will sicher nicht, dass wir überall jetzt wieder den Stuck dran klatschen wie vor 100 Jahren. Aber ich zitiere, unsere drohende architektonische Monokultur wird künftig den größten Einfluss auf die psychosoziale Gesundheit von Städtern haben. Normalerweise geben wir euch an dieser Stelle vor allem Geldwerte-Tipps für Mieter, Besitzerinnen oder Immobilieninteressierte. Aber heute beginne ich ausnahmsweise mal mit Tipps für einen Investment in das mithin Wertvollste, was ihr besitzt, nämlich eure Gesundheit. Wir haben heute über die gesundheitlichen Belastungen in der Stadt gesprochen. Und falls ihr euch jetzt fragt, inwieweit ihr betroffen seid, gibt es verschiedene Möglichkeiten, euch zu informieren. Zum Beispiel haben Städte wie Berlin, aber manchmal auch Bundesländer unter dem Stichwort Umweltatlas ihre Daten zusammengefasst. Dort kann man dann abrufen, wie groß die zum Beispiel Luftschadstoffbelastungen in der eigenen Region sind. Und das Umweltbundesamt hat eine ganze Reihe von Datensätzen und Karten zusammengestellt, teilweise auch in Apps, wo man dann live bis runter auf Quartiersebene sogar gucken kann, wie stark gerade die Schadstoffbelastung der Luft ist. Meistens korreliert das übrigens auch mit den Immobilienwerten. Wir hatten eben auch über Immobilienpreise in der Nähe von Parks und Grünflächen gesprochen. Die sind da natürlich höher in attraktiven Lagen. Also so eine Karte gibt auch da sogar Aufschluss in Bezug auf den Wohnwert und die Preise. Aber ich habe noch einen anderen Hinweis, wie wir ja anfangs auch gemerkt haben, der private Garten hat einen Gesundheitseffekt, da bewegt man sich viel darin, aber der hat auch ganz konkrete Folgen für den Preis. Und zwar hat eine Online-Plattform vor einigen Jahren schon ausgerechnet, kann man einen um 7 bis 18 Prozent höheren Verkaufspreis erzielen, wenn man nicht nur irgendeinen Garten hat und eine Grünfläche, sondern das auch noch pflegt. Also wenn da tatsächlich die Blauraute und die Goldgarbe und die Nachtkerzen und Pfingstrosen zu sehen sind, dann habe ich einen höheren Verkaufspreis. Außerdem ist es ein Return of Investment Faktor bei einem gepflegten Garten und den haben Gartenbauarchitekten ausgerechnet und der beträgt 2,6. Also ein Euro in den Garten zu investieren bringt 2,6 Euro zurück. Sehr schön. Wer noch mehr harte Zahlen hören möchte, dem empfehle ich einen Abstecher zum Stadtgrünbewertungstool des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung. Dort kann man nämlich ein bisschen rumspielen und sich anschauen für 23 deutsche Städte, wie es sich auswirkt, wenn man das Stadtgrün reduziert oder auch erhöht. Es gibt 5 Kriterien von Straßenbäumen über Grünflächen, begrünte Rad- und Fußwege bis hin zu den Gründächern, über die wir eben schon gesprochen haben. Und da kann man sehr schön mit Schiebereglern sich anschauen, a, wie ist der Status Quo und b, wie verändert sich das in die eine oder andere Richtung, wenn ich den Anteil erhöhe oder senke. Plus, es wird sogar ausgerechnet, wie sich das monetär niederschlägt, wenn man in diesen Ökosystemleistungen, wie das dann dort genannt wird, ja, eingreift. Das klingt spannend. Das klingt wirklich so, als könnte man sich die Stadt so ein bisschen schöner regeln. Genau. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, würde ich auch empfehlen. Ich habe es selber gesehen schon. Es ist ein tolles Tool. Das war es für heute bei Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Eine neue Folge hört ihr in der nächsten Woche mit einem Weltplus-Abo und bei Apple Podcast. Schon immer zwei Wochen früher übrigens. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen oder Komplimente habt, freuen wir uns wie immer sehr über Post an 2zkb.welt.de und natürlich freuen wir uns auch genauso über positive Bewertungen und Feedback auf den einschlägigen Plattformen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder einmal und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.